Premium-Firmeneinträge in über 40 Online-Diensten mit Local Listing der Telekom, damit sie dort gefunden werden, wo ihre Kunden sie suchen. Das ist Stefan. Mit seinem Unternehmen ist er seit vielen Jahren erfolgreich auf dem Markt. Nur verliert er in der letzten Zeit viele Kunden an Mitbewerber. Der Grund? Sein Unternehmen wird online nur schwer gefunden. Dabei ist eine Top-Platzierung im Web heute ein entscheidender Erfolgsfaktor. Warum? Weil dadurch Kunden online schnell lokale Anbieter finden, über Suchmaschinen, Sprachassistenten, Branchenverzeichnisse, Karten- und Navigationsdienste oder Apps. Vorausgesetzt, die Unternehmensinformationen im Web sind alle einheitlich und aktuell. Stefan fragt sich, wie er das nur bewerkstelligen soll. Denn er hat weder genug Zeit, noch weiß er, wie er seine Unternehmensinformationen bei all diesen Online-Diensten eintragen und aktuell halten soll. Durch den Tipp eines Freundes hat Stefan die perfekte Lösung gefunden. Local Listing der Telekom. Hier hat er jetzt stets aktuelle und einheitliche Einträge in über 40 relevanten Online-Diensten, wie zum Beispiel Google Maps, GoYellow oder 1188.0.com. Das sorgt für Wiedererkennung, vermittelt Professionalität und verbessert direkt das Google-Ranking seines Unternehmens. Wenn sich mal etwas ändert, wie zum Beispiel die Öffnungszeiten seines Geschäfts, kann Stefan die Anpassungen zentral vornehmen und sie sind in kurzer Zeit überall online. Auch die Kundenbewertungen hat Stefan so immer im Blick und kann diese zentral managen. Über sein Dashboard ist es außerdem möglich, Beiträge zum Beispiel zu Neuigkeiten in seinem Unternehmen zu verfassen und in sozialen Netzwerken zu posten. Das Ergebnis? Stefans Unternehmen ist jetzt im Web leicht zu finden und er kann unkompliziert über Neuigkeiten informieren. Er freut sich auf die neuen Kunden und über die Umsätze. Die Einrichtung und Pflege von Local Listing ist einfach und komfortabel. Das spart Zeit und Geld. Machen Sie jetzt auch Ihr Business online sichtbar und genau dort auffindbar, wo es drauf ankommt. Oder möchten Sie die Einrichtung und Pflege Ihrer Firmeneinträge lieber einem Profi überlassen? Auch diesen Service können Sie wählen. Wenn Sie mehr über Local Listing und die weiteren Webservices erfahren möchten, unsere Experten sind gerne für Sie da und beraten Sie persönlich. Wo sind Sie m exterior? Los geht's in diesem Weg. einsch release. Frau USA